Musik Johannes Kopf muss die Misere am Arbeitsmarkt ausbaden. Vom Vorstand des Arbeitsmarktservice hätten die 475.000 Arbeitslosen im Land gerne Beschäftigung. Doch der oberste Vermittler in Jobsachen kann zurzeit nur wenig Hoffnung machen, egal ob Österreicher oder nicht. Herr Kopf, sind zu viele ausländische Arbeitnehmer am österreichischen Arbeitsmarkt? Ich würde sagen, es sind jedenfalls zu viele Arbeitslose am österreichischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft liegt deutlich über der von Personen, die Österreicherinnen oder Österreicher sind. Sie haben es schon angesprochen, die Arbeitslosigkeit von Ausländern ist um 3% im Februar gestiegen. Das sind jetzt die aktuellsten Zahlen, jene von Österreichern in etwa um das Gleiche gesunken. Wenn immer mehr Ausländer untereinander um Jobs kämpfen, kann das den Österreichern nicht zu einem gewissen Grad egal sein oder ist das auch unser Problem? Nun, es ist in erster Linie einmal eine große Herausforderung in unserem Sozialsystem. Es sind hohe Kosten auch in der Arbeitslosenversicherung oder auch in anderen sozialen Töpfen, etwa später niedrige Pensionen und Ergänzungen und so weiter. Also in dem Sinn ist es schon ein Problem und dann glaube ich, ist es ja auch ganz gut, wenn man nicht nur an sich selbst denkt, sondern an alle Menschen, die in diesem Land leben. Also in dem Sinn ist es schon ein Problem und vergessen wir nicht, wir haben ja gesehen, dass die Arbeitslosigkeit auch in der Vergangenheit, auch in Österreich generell gestiegen ist, auch weil wir Zuwanderung aus dem EU-Land hatten. Es waren zwar meistens Personen ausländischer Staatsbürgerschaft, die verdrängt waren, aber es waren auch etwa Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund, die von besser qualifizierten Menschen aus dem benachbarten EU-Ausland in gewisser Weise konkurrenziert waren. Jetzt hat man bei den neuen Maßnahmen, die die Regierung da vorgestellt hat, so ein bisschen ein Überthema, nämlich so ein bisschen die Abschottung des österreichischen Arbeitsmarktes, so der Fokus auf die österreichischen Arbeitnehmer. Kann das funktionieren, ganz generell? Ich glaube, man muss die verschiedenen Maßnahmen differenziert anschauen. Ein Thema, das angekündigt ist, ist der Versuch, die Personenfreizügigkeit einzuschränken. Hier sage ich offen, das halte ich nicht für realistisch. Das ist eine so fundamentale Sache für die EU, dass ich einfach nicht glaube, dass es möglich ist, dass die EU dem zustimmt. Und auch wenn man es doch vielleicht unter Druck von Brexit oder der allgemeinen Stimmung möglicherweise irgendwie zusammenbringt, dann ist das doch eher etwas Gefährliches aus meiner Sicht, weil es gegen die europäische Idee ist. Und vielleicht ganz provokant, ich wüsste auch nicht, wie man unterscheiden soll. Wenn man zu sagen, die Ungarn lasst man nicht zu, aber Deutsche schon. Oder schränkt man dann auch die Arbeitsmarktzugang der Deutschen ein? Was wäre die Folge? Wir dürften nicht mehr in Deutschland arbeiten. Das Ganze, wenn man das weiterdenkt, wird das ja theoretisch, wenn man es überspitzt, bis zum Absurden. Auch die Wiener Arbeitslosenquote ist höher, weil Menschen aus den anderen Bundesländern nach Wien wendeln. Also das ist jetzt übertrieben. Aber ich glaube schon, dass man mit so einem Punkt eher vorsichtig sein muss. Die Regierung butdert jetzt wieder sehr, sehr viel Geld in den österreichischen Arbeitsmarkt nach der Steuerreform. Die nächste Maßnahme, die helfen soll, die Wirtschaft und damit auch den Arbeitsmarkt anzukurbeln. Reicht da Geld? Also kann die jetzt wieder zwei Milliarden versprochen wurden, kann das helfen, diese 160.000 Jobs, die der Vizekanzler versprochen hat, zu schaffen? Kann das gelingen? Man muss ein bisschen unterscheiden. Also auf das einen, selbstverständlich hat der Staat mit seinen Ausgaben Beschäftigungseffekte. Ja ganz klar, klassische Konjunkturpolitik etwa. Das haben wir auch im vergangenen Jahr gesehen. Der Bau ist sehr gut gelaufen, auch deswegen, weil viele Unterkünfte gebaut wurden, für die zu uns geflüchteten Menschen etwa. Ein Thema. Oder natürlich kann man mit einer Senkung der Lohnnebenkosten auch Beschäftigung schaffen. Ganz klar, diesen Zusammenhang gibt es. Das heißt immer, der Staat schafft keine Jobs, aber er schafft Rahmenbedingungen, bei denen dann die Unternehmen Jobs schaffen sozusagen. Das ist ganz gut und darum ist eine Senkung der Lohnnebenkosten, vor allem jetzt, wo man von zwei Milliarden spricht, eine wichtige Maßnahme. Das wird Effekte haben. Wird es reichen dafür, dass die Arbeitslosigkeit sinkt? Würde ich sagen, nein. Das hängt stärker noch von der Gesamtkonjunktursituation zu tun, als bloß von sozusagen Gegensteuerungsmaßnahmen. Aber ist es trotzdem richtig? Ja. Und ist es wichtig? Ist es auch richtig. Und selbst wenn der Anstieg der Arbeitslosigkeit nur gebremst wird, ist das positiv. Weiteres großes Problem am österreichischen Arbeitsmarkt sind all jene Firmen, die im Ausland tätig sind, aber ihre Arbeiter hierher schicken. Das klassische Beispiel, das da immer kommt, ist der Ungar, der rüberfährt und auf einer Baustelle zum Beispiel in Wien arbeitet. Da gibt es auch Statistiken, ganze sieben, mehr als sieben Prozent der Arbeiter, die in der EU herumgeschickt werden, werden nach Österreich geschickt. Das ist sehr, sehr viel im EU-Vergleich. Die Regierung sagt, die nehmen den hier Arbeiter und die Jobs weg. Stimmt das? Ja, also natürlich gibt es hier tatsächlich eine Konkurrenz und es ist nicht nur eine Konkurrenz für den inländischen Arbeitnehmer oder die inländische Arbeitnehmerin, es ist auch eine Konkurrenz für die Betriebe, die hier sind. Weil einfach dieses über die Grenze der Arbeiten sozusagen auch in Bezug auf Wettbewerb natürlich sehr günstig ist. Das Ganze ist ein spezifisch österreichisches Thema, weil wir einfach eine besonders nahe und besonders lange Außengrenze zu den EU-10, den später beigetretenen EU-Ländern haben. Und in dem Sinn ist es sehr einfach, ich sage jetzt auch über die Grenze zu arbeiten, weil das ganz in der Nähe ist. Anders als es etwa bei Irland wäre oder bei Großbritannien. Und das ist ein Thema und es ist auch tatsächlich, es gibt auch Missbrauch. Ja, es gibt viele, viele Beispiele, wo Betriebe eben nicht den ortsüblichen Lohn zahlen, wo die Unterlagen nicht ordentlich sind, wo eben nicht nachgewiesen wird und so weiter. Und es ist nicht leicht einzufangen. Und es ist eigentlich ein Problem aus meiner Sicht mehr der Kontrolle als der rechtlichen Regelungen. Die rechtlichen Regelungen sind eigentlich klar und die sind auch relativ hart sozusagen. Es muss da auch ein ziemlicher Lohn gezahlt werden. Es muss auch Überstunden bezahlt werden. Es müssen die gleichen Regeln gelten sozusagen. Aber es ist schwierig zu kontrollieren. Selbst wenn ein ausländischer Betrieb sich ganz korrekt verhält und alles so bezahlt, wie es sein müsste, weiß niemand, ob der betroffene Arbeitnehmer, wenn er wieder zu Hause ist, möglicherweise Überstunden nicht ausbezahlt bekommt, weil er ja beim lukrativen österreichischen Job dabei war, um den sich alle reißen, weil man hier mehr verdient. Also in dem Sinne, es ist hauptsächlich ein Problem der Kontrolle. Und das ist nicht einfach. Das muss man verstärkt durch eine Zusammenarbeit mit den Staaten lösen. Wahrscheinlich auch durch eine stärkere Vor-Ort-Kontrolle braucht es auch wahrscheinlich mehr Personal. Ein Teil ist, und das hat ja auch die Regierung jetzt mehrfach mit Regelungen auch gemacht, letztlich auch die Dokumentationsverpflichtungen der Betriebe zu erhöhen. Das heißt, Lohnunterlagen auch sicher mitnimmt, damit ordentlich kontrolliert werden kann. Jetzt gibt es gleich zwei Problembereiche. Wir haben es zuerst schon angesprochen. Einerseits die ausländische Arbeitslosigkeit, aber auch die über 50-Jährigen, wo auch die Arbeitslosigkeit nicht geringer wird, sondern steigt. Da will die Regierung jetzt 20.000 Jobs für über 50-Jährige schaffen. Gleichzeitig soll das AMS im Rahmen des Integrationsjahres auch noch für Asylwerber gemeinnützige Jobs schaffen. Wie kann denn das funktionieren, ohne dass man den normalen Arbeitsmarkt noch weiter belastet? Denn irgendwas müssen die ja tun und trotzdem keinem den Job wegnehmen. Also zu glauben, dass es ohne jede Verdrängung geht, das ist blauäugig, sage ich offen. Aber es wird darum gehen, möglichst wenig Verdrängung zu erzeugen. Bei beiden geht es darum, was ist denn eigentlich die Idee? Die Idee ist, Menschen, für die wir aktuell keine Arbeit haben, bei den Geldentnahmebedingungen, das sind im Wesentlichen ältere Langzeitarbeitslose, denen auch eine Perspektive zu geben. Weil einfach zu sagen, du kannst nicht in Pension gehen, Pech gehabt, ist auch nicht wertschätzend sozusagen und auch nicht sinnvoll. Und zu jetzt zu sagen, es gibt da so etwas wie einen sinnvollen Transit in die Pension, nämlich noch ein paar Jahre etwas gemeinnützig machen, von dem ich vielleicht selber auch der Meinung bin, es ist sinnvoll, das ist die Aufgabe. So etwas kann man nicht wirklich verordnen von oben herab. So tut es jetzt alle Zebrastreifen überwachen oder so, weil da gibt es Zebrastreifen, wo es sinnlos ist, dass da wer steht sozusagen, weil eh kaum eine Autofahrt. Sondern so etwas muss man lokal aus der Region erfinden und dann bottom-up organisieren. Das heißt, wir werden uns so aufstellen, dass zusammen mit unseren regionalen Geschäftsstellen die Bürgermeister, die sozialen Verbände, die sozialen Einrichtungen, die Blaulichtorganisationen und so weiter sich überlegen, welche Arbeit gibt es in meinem Bezirk, in meiner Gemeinde, die sinnvoll wäre, aber bisher nicht passiert. Aber was kann das ganz konkret sein? Das wird dann immer so ein bisschen umschrieben. Es kann ja wohl nicht sein, das Gemeindeamt ausmalen, weil da ist der lokale Malerbetrieb betroffen. Es kann wahrscheinlich auch nicht sein, das Rasen mähen, weil das dann der Gärtner wieder beleidigt. Also die Frage ist, wo kann man tatsächlich auch in Ortsbereichen Jobs schaffen? Es gibt unter den älteren Langzeitarbeitslosen durchaus auch gut qualifizierte Leute. Und wir wissen, dass es lernschwache Kinder gibt, die tatsächlich profitieren würden, wenn jemand ihnen Nachhilfe gibt. Und das kann vielleicht von den Eltern nicht finanziert werden. Das ist ein Punkt. Es gibt ältere Menschen, die sich unendlich langweilen in den Alten- und Pflegeheimen und die eigentlich gescheit wäre, wenn man die besuchen würde, mit ihnen ein Fotoalbum anschaut, mit ihnen spielt, mit ihnen tratscht. Das sind Tätigkeiten, die zu wenig passieren, wo wir alle, die wir Großeltern oder Eltern zu pflegen haben, auch ein schlechtes Gewissen haben, dass wir wenig Zeit haben und so weiter. Und wenn es etwas Vernünftiges gäbe, auch jemand, der wen unterstützt, einkauft, vielleicht die Blumen gießt oder so, dann wäre das sinnvoll. Es gibt aber auch, ich sage jetzt Spielplätze, wo es gescheit wäre, wenn jemand da wäre und schaut, dass die Kinder, keine Ahnung, nicht von der Schaukel fallen und möglicherweise auch, weiß ich nicht, Bälle mit hat und die auch verteilt und nachher wieder einsammelt. Solche Themen gibt es. Dieses Integrationsrat, das Sie da angesprochen haben, das da jetzt kommt, da übernimmt das AMS jetzt auch für Sie ganz neue, sehr umfangreiche Aufgaben. Sind Sie dafür überhaupt gerüstet? Also wir haben mit Anfang des Jahres 400 zusätzliche Planstellen beim AMS bekommen. In dem Sinn haben wir mehr Personal. Aber es ist richtig, es kommen jetzt sehr große Aufgaben auf das AMS zu, mit dem Integrationsjahr, mit der Aktion 20.000 und das Ganze bei ohne die sehr hohe Arbeitslosigkeit. Also es ist herausfordernd, aber wir sind guten Mutes und werden unser Bestes geben, um möglichst viel davon umzusetzen. Aber was kann das AMS besser machen bei der Integration von Flüchtlingen, was bis jetzt nicht passiert ist, was bis jetzt auf der Strecke geblieben ist? Ganz viel. Das eine ist, wir haben mehr Budget, also können wir auch tatsächlich intensiver und mehr Ausbildungen machen, auch mehr Facharbeiterausbildungen, wie sie etwa hier passieren, wo Leute wirklich einen Lehrabschluss machen können. Und das ist das eine. Und das zweite ist, besser heißt in diesem Fall auch schon früher. Wir wissen einfach sehr klar, dass die Chancen einer Arbeitsmarktintegration massiv sinken, wenn die Zeit, in der man nicht so sehr lang ist. Und indem man während des Asylverfahrens zumindest bei jenen beginnt, die eine hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit haben, die eben wahrscheinlich hierbleiben, das ist durchaus sinnvoll. Also das begrüßen wir sehr, auch wenn das für uns, ich sage es offen, viel Arbeit ist.